Und das ist eine wundervolle Aufgabe und die wollen wir gerne mit euch machen. Oh, das sind große Karten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Einer ist schon mal weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Einer ist schon mal weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Einer ist schon mal weg. Das sind alles Aufgaben, die man hier machen kann. Und wir haben jetzt einen kleinen Wagen. Wollen wir uns da mal ranhängen? Wir können jetzt ja auch den großen Wagen shiften. Ich frage mich auch mal, ob man sich an den zweiten Wagen auch noch ranhängen kann. Also ich jetzt mit meinem Schlepper an den anderen Schlepper. Okay, weil es die Musik geil. Aber okay, das wollen wir jetzt hier nicht ausprobieren. Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen was anderes sagen hier. Wir haben dann noch hier was. Was das ist? Beendete Kontrollpunktstrecke, um Willenskraft zu erhalten. Aha. Okay. Schauen wir mal, wie das so funktioniert. Also geht Kontrollpunktstrecke durchfahren. Villereich. Da sind nicht die von der Länge. Das ist eine Beziehung. Wie ist das? Waste. Kaffee. Wälder. Das ist ein Sinn. Eine Erinnerung. Ja. Oh. Ja. Es ist hier viel los auf der Straße. 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 Es ist hier viel los. Es ist hier viel los auf der Straße. 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 Ichこれでм技してil ses Дм´s. Wir sind jetzt irgendwie in der Zeit noch ein Ziel, oder? Ja, da, 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 da.